Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird in Herrlichkeit, unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott in der Stille darum bitten, dass er sein Wort an uns segnet. Herr, mache uns still und rede du. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen hören auf den Predigtext aus dem Römerbrief im 13. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener. Auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Der Herr segne an uns dieses sein heiliges Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt wohl nur wenige Bibelstellen, die eine so verhängnisvolle Wirkungsgeschichte entfaltet haben und dadurch belastet sind, wie diese berühmten Worte des Apostels Paulus, die das Verhältnis zwischen Staat und Kirche regeln sollen. Diktaturen haben sich immer wieder religiös selbst überhöht, sich vergöttert, Gewaltherrscher, haben ihre Untergebenen zu absolutem Gehorsam und Unterordnung aufgefordert, mit einer meiner Ansicht nach unzulässigen Berufung auf gerade diese Stelle Römer 13. Wie ist das denn? Die Obrigkeit ist von Gott gesetzt. Wir sollen uns ihr unterordnen, sollen ihr untertan sein. Aber wie viel ist in der Geschichte der Menschheit und auch in der Geschichte des Christentums damit an Bösem, an Schlimmem gerechtfertigt worden? Die Todesstrafe, die Unterordnung und der Gehorsam seien die höchste Christenpflicht, die Bestreitung eines politischen Widerstandsrechtes, um hier nur einiges zu nennen. Und dabei stellt sich doch die Frage, und das war auch gerade im Dritten Reich für die Christen, das brennende Thema, wie gehen wir mit Römer 13 um angesichts einer Obrigkeit, die Gott missachtet, die ihn verspottet, die sich selber an die Stelle Gottes setzt? Ich habe erst kürzlich wieder einen Bericht gelesen über den Nationalsozialismus. Wir sehen ja, unsere Kirche ist noch vom Erntedankfest her schön teilweise geschmückt an den Bänken. Und die Nazis, die wollten sogar ein riesiges Reichs-Erntedankfest einführen, bei dem der Führer verherrlicht wird, bei dem ihm ein Ehrenkranz übergeben wird. Das sollte an die Stelle unseres kirchlichen Erntedankfestes treten. Wie häufig gab es da eine unsegensvolle Verquickung von Thron und Altar, von Staat und Kirche? Die Geschichte ist voll von solchen Beispielen. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Dieser Satz kann also vermutlich nicht so allein stehen bleiben. Vor einigen Jahren habe ich eine Reportage über das KZ Auschwitz gesehen, diesen schrecklichen Ort, der uns dieses widergöttliche Naziregime vor Augen führt, der uns die Verbrechen des NS-Regimes und des Führers Adolf Hitler so greifbar macht wie kaum etwas anderes. Und dort gibt es einen ganz schmal konstruierten Flur. Wenn man dort als Besucher ist, kann man nur einzeln und allein durch diesen Flur hindurchschreiten. Und an beiden Wänden befinden sich Glaswände. Und hinter diesen Glasscheiben rechts und links, da sind Berge aufgetürmt von Spielzeug, Zahnbürsten, Schuhen, Kleidung, all das, was von den Menschen übrig geblieben ist, die dort an diesem Ort ermordet wurden. Und man geht durch diesen Flur und es verschlägt einem die Sprache, man wird still, leise, man senkt den Kopf. Man kann diesem Grauen und diesem Elend nicht ausweichen. Sechs Millionen Juden allein wurden von den Nazis ermordet. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Ich denke, das greift zu kurz, wenn wir uns vor Augen führen, dass viele Herrschende diesen Anspruch und Ausspruch für gottlose Zwecke instrumentalisiert haben. Ich muss dann immer denken an dieses wunderbare Lied von Jörg Svoboda aus den 80er Jahren. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und damit dieser Vers, dieser eine Satz, der bringt mich auf den ersten Punkt. Erstens, jede Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Das ist das Entscheidende. Das schreibt Paulus hier. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin auf diesen Dienst beständig bedacht. Wir können also den Satz nicht alleine stehen lassen, sondern es heißt hier, die Obrigkeit muss sich daran messen lassen, inwiefern sie Gott dient oder sein Wort missachtet. Inwiefern sie Gottes Willen dient, nach seinem Wort lebt, nach der Ethik von Jesus Christus fragt oder eben nicht. Und das geht ja schon im Alten Testament so los. Da wird jeder König danach beurteilt, wie ist seine Stellung zu Gott. Hat er Gott angebetet und ihn verehrt oder nicht? Gott ist der König. Gott ist der Herr aller Herren. Und alle andere Macht ist ihm untergeordnet. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich da in unser Land hineinschaue und mir die gegenwärtige Lage betrachte, dann frage ich mich, wie sieht es da aus? Wird da noch nach Gott gefragt? Erst in diesen Tagen habe ich wieder von einem Kruzifixstreit gehört. Mike Außendorf, Bundestagsabgeordneter der Grünen, forderte eine Verlegung der Sitzung des Wirtschaftsausschusses aus dem Saal der Unionsfraktion. Der Grund dafür ein Kreuz an der Wand des Saales. Er hat einen Brief geschrieben an die Bundestagspräsidentin, in dem er seine Bedenken schildert. Der Raum entspreche nicht den Grundsätzen der parlamentsneutralen Arbeit, sondern er widerspricht der Trennung von Kirche und Staat. Außendorf fordert daraufhin einen neutralen Sitzungssaal. Da ist natürlich eine richtige Sache schon, die Trennung von Kirche und Staat. Kirche und Staatsgeschäfte, das soll nicht miteinander vermischt werden. Aber dennoch kann ich hier nur mit dem Kopf traurig schütteln, denn das Kreuz ist ja ein Symbol unseres Glaubens. Hier wird ja nichts miteinander vermischt, sondern es werden einfach das Zentrum und der Grund unserer ganzen Kultur, unserer ganzen Geschichte drückt sich ja in dem Kreuz aus. Und für uns Christen ist es das Symbol unseres Heiles, unserer Rettung, unseres Erlösers, Jesus Christus. Und gerade von den Grünen herrscht denn wirklich eine so große Geschichtsvergessenheit in der Politik? Ich kann mich ja selber noch an die Jahre 89, 90 erinnern. Damals haben gerade die Kirchen ihre Pfarrhäuser und ihre Kirchenräume geöffnet für die politische Opposition, auch für die späteren Abgeordneten von Bündnis 90, die Grünen. Und ich stelle mir vor, wie man damals im Gemeindesaal zusammengesessen hat oder in einer solchen Kirche wie hier, da hingen bestimmt auch überall Kreuze und niemand wäre auf eine so paradoxe Idee gekommen, dieses Kreuz abzuhängen, sich dieses christlichen Erbes zu entledigen. Das sind wirklich erst Erscheinungen der neueren Zeit. Immer weniger fühlen sich Menschen an die Ethik von Gott, von Jesus gebunden. Wie sieht es denn aus mit Fragen nach dem ungeborenen Leben, nach Schwangerschaftsabbruch oder nach Sterbehilfe? Was sind das für wichtige Fragen, wo doch Gottes Wort eindeutig in die Debatte hineingehört? Für Paulus jedenfalls ist der Gottesbezug nicht verhandelbar, sondern dieser steht fest für jede Obrigkeit, die sich als von Gott gesetzt begreift. Sie soll Gott dienen. Diese Obrigkeit soll Gottes Dienerin sein. Und wir erleben fortschreitend eine Loslösung der Obrigkeit von christlichen Glaubensüberzeugung. Wir sehen das ja, dass unsere Politiker, wenn sie in ein neues Amt eingeführt werden, in ein hohes Minister- oder Staatsamt, so wird immer mehr bei der Ablegung des Amtseides darauf verzichtet, den Zusatz zu sprechen, mit Gottes Hilfe oder so wahr mir Gott helfe. Wir können das selber. Ich mache das Kraft meiner eigenen Wassersuppe. Ich bin so gut, so weise. Ich brauche diesen Gott doch nicht. Als ich 1984, kurz vor meiner Einschulung, im Krankenhaus lag in Chemnitz wegen einer Mandeloperation. Man könnte sagen, kindlich naiv, etwas übermütig. Da lagen noch andere Kinder ja mit mir im Raum. Das waren ja damals riesige Seele. Und da habe ich abends laut gebetet, weil ich kannte das nicht anders. Bei uns zu Hause wurde jeden Abend laut gebetet. Es wurden Lieder gesungen. Und ich habe sogar die Kinder gefragt, ob ich für sie beten soll. Ich würde mir manchmal wieder diesen Mut wünschen, den man als Kind hatte. Und natürlich, es war eine atheistisch ausgerichtete DDR-Zeit. Es dauerte nicht lange, da hat das Krankenhauspersonal meine Eltern zum Gespräch eingebestellt ins Krankenhaus. Und dann wurden meine Eltern regelrecht vorgeführt und ihnen wurde gesagt, ja, haben Sie denn Ihren Sohn so schlecht, so miserabel erzogen, dass der noch nicht einmal weiß, Glaube und Religion, das ist doch Privatsache. Das kann der zu Hause unter der Bettdecke machen, aber doch nicht in der Öffentlichkeit. In einem öffentlichen Raum des Krankenhauses hat das nichts zu suchen. Das wurde meinen Eltern vorgeworfen, dass sie mich falsch erzogen haben. Und dass ich das unterlassen solle. Ich bin heute noch dankbar für meine christliche Erziehung, für das Geschenk, das die Eltern mir von frühester Kindheit an den Glauben an Jesus lieb und nahe gebracht haben. Dass sie mich von frühester Kindheit an mit den Geschichten des Neuen Testaments und der Bibel des Alten Testaments vertraut gemacht haben. Ich denke, ein größeres Geschenk kann es wirklich nicht geben. Jesus sagt ja, werdet wie die Kinder, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Vielleicht fehlt uns manchmal dieser Mut, den die Kinder noch haben. Ich finde interessant, dass Paulus erst, wir haben ja von unserem Prädikanten Jan Rieck eine wunderbare Predigt am Reformationstag gehört, über den Kern unseres Glaubens, die Gnade. Und erst viel später verhandelt Paulus das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. das heißt alles andere, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, alles, was vorher verhandelt wird, das muss hier mitgedacht werden. Wir könnten also sagen, es geht zuerst um den Glauben und danach das Leben aus dem Glauben. Und da hinein gehört auch das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Ich denke, es ist schon wichtig, dass wir als Christen die Demokratie grundsätzlich bejahen, dass wir grundsätzlich die politische Ordnung anerkennen, denn wir leben ja auch von ihr. Paulus sagt das ja auch, sie bietet uns Rechtssicherheit, sie beschützt uns vor bösen Übeltätern, also sie sorgt auch dafür, dass keine Anarchie ausbricht, sie regelt das Leben im Land. Dafür dürfen wir dankbar sein, dass wir hier in Frieden sitzen, dass wir hier in Freiheit sitzen, dass wir eben gerade ohne mit Verfolgung und Spott, vielleicht mit Spott schon, aber ohne Verfolgung unseren Glauben bekennen können. Das ist ein großes Geschenk. Das ist etwas, was der Staat bis heute auch uns garantiert. Und das ist etwas Gutes, wofür wir Gott danken können. Und damit bin ich bei einem zweiten Gedanken. Eine ganz neue Entdeckung, die ich am Text gemacht habe. Zweitens, jede Obrigkeit soll geprägt sein, von der Liebe untereinander. Ihr lieben Schwestern und Brüder, wenn wir mal zwei Verse lesen, den Vers vor und den Vers nach unserem Text, da macht man eine ganz erstaunliche Entdeckung. Das sind Aussagen, die beziehen sich auf den grundsätzlichen Umgang miteinander. Und da heißt es in Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und in Römer 13, 8 steht, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das ist grandios. Das ist etwas Geniales. Zwischen diesen beiden Versen wird der Text eingespannt. Das heißt also, unser Umgang miteinander soll geprägt sein von Respekt, Achtung und Liebe. Und Liebe, das bedeutet nun nicht, dass wir uns alle lieb haben, umarm uns alle toll finden, dass jeder den anderen absolut sympathisch findet, sondern das ist eine Entscheidung. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Auch und gerade mit dem Gegner, mit dem politischen Gegner. Wie gehe ich mit ihm um? Er ist ja auch Gottes Ebenbild. Ich schulde ihm Respekt. Ich schulde ihm auch Liebe insofern, dass ich ihn erst mal als Menschen annehme und stehen lasse. Ich möchte kurz zwei Beispiele nennen, wo das sehr deutlich geworden ist, wie christliches Denken und christliche Überzeugungen auch bis in die Politik durchschlagen können. Im Herbst 1989, da setzte sich der gewaltlose Widerstand die friedliche Revolution durch, die maßgeblich von der Kirche ausging. Und der mittlerweile leider verstorbene Pfarrer Führer, der sagte am 9.10.89 in seiner Predigt, lasst die Gewaltlosigkeit nicht in der Kirche stecken, nehmt sie mit hinaus auf die Straßen und Plätze. So halten seine Worte durch die weitläufigen Kirchenräume. Und das Wunder geschah, es gab keine Gewalt. Alles blieb friedlich, trotz der Staatssicherheit, trotz auch Leuten, die immer wieder provoziert haben. Und Pfarrer Führer sagt weiter, Beten und Handeln, drinnen und draußen, Altar und Straße gehören zusammen. Damit verweist er auf das Wichtigste, was es für uns Christen überhaupt geben kann, das Gebet für die Gesellschaft, die Fürbitte für die Gesellschaft, für die Menschen, die Gott nicht kennen, dass auch sie erleuchtet werden, dass auch sie Weisheit empfangen. Die Fürbitte für den Staat, für die Regierung, das ist etwas ganz Entscheidendes. Durch Gebet, durch unablässiges Gebet, schon lange vorher wurde die friedliche Revolution eingeleitet. Und dann möchte ich noch ein zweites Beispiel nennen, auf das ich kürzlich beim Lesen wieder einmal gestoßen bin, von einer ganz bemerkenswerten Frau, einer niederländischen Uhrmacherin und Judenretterin, Corrie ten Boom. Während der nationalsozialistischen Besatzungszeit in den Niederlanden hat sie eine Untergrundorganisation gegründet und hat ganz viele Juden vor dem Holocaust retten dürfen. Das Ganze fliegt auf. Sie und ihre Familie landen alle im KZ. Die ganze Familie stirbt durch die Brutalität und Unmenschlichkeit. Dort nur sie, Corrie, ist die einzige Überlebende. Und nach dem Krieg setzt sie alle Kraft ein für die Versöhnung zwischen den Völkern, für den Frieden. Das macht sie sich zur Lebensaufgabe. Sie reißt viel, sie hält viele Vorträge in prall gefüllten Seelen wird weltberühmt. Und dann kommt ein Abend, ganz normal, wieder einmal hat sie einen langen Vortrag gehalten, hat die Fragen der Leute beantwortet und da kommt ein Mann auf sie zu. Und sie erkennt diesen Mann sofort ganz genau. Ihr graut vor der Begegnung, denn vor ihr steht ein ehemaliger KZ-Ausseher. Und dann schreibt sie, ich zitiere wörtlich, da streckte er seine Hand aus und sagte, können Sie mir vergeben? Da stand ich nun, ich, dem Sünden wieder und wieder vergeben worden und konnte es nicht. Betsy war dort gestorben, konnte er ihren langsamen und schrecklichen Tod ausradieren, einfach mit dieser Bitte können Sie mir vergeben. Es können nur ein paar Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit seiner ausgestreckten Hand, aber für mich waren das Stunden. Denn ich musste mit der wirklich schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich es jemals in meinem Leben zu tun hatte. Denn ich musste es tun, das wusste ich genau. Aber die Botschaft von der Vergebung Gottes hat eine entscheidende Voraussetzung. Und natürlich fielen mir sofort die Jesusworte ein, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wenn ihr Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, sagt Jesus, wird auch der Vater im Himmel euch die Übertretungen nicht vergeben. Das wusste ich wohl. Nicht nur als Gebot Gottes, sondern auch aus meiner täglichen Erfahrung. Seit dem Ende des Krieges unterhielt ich in Blumenthal das Heim für Opfer des Nationalsozialismus. Gerade dort konnte ich es doch mit den Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, zurückzufinden und neu anzufangen. Gleich, in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Wer seine Bitterkeit pflegte, der blieb invalide. Das war ebenso einfach wie schrecklich. Und ich stand da mit einem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl, das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens. Und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand heben, wenigstens das kann ich tun. Das Gefühl aber, das musst du dazu geben. Hölzernmechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich das tat, geschah etwas absolut Unglaubliches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter, sie strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann durchströmte mich diese heilende Wärme im ganzen Körper. Mein ganzes Sein wurde dadurch durchflutet. Tränen schossen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Was ist das für eine bewegende Geschichte? Etwas Übermenschliches. Und wir spüren hier, da kann nur der lebendige Herr am Werk sein. Da kann nur Jesus Christus selbst hineintreten in die zerstörten und zerrütteten Beziehungen zwischen Menschen. und an dieser Geschichte sehen wir wieder einmal, wie sehr diese Welt Versöhnung nötig hat, wie sehr diese Welt Jesus nötig hat, der hineintritt, der dazwischen tritt, der Heilung schenkt, der Frieden schenkt, selbst mit dem schlimmsten Feind. Ich würde mir das wünschen, dass dieses Wort Gottes, dass Jesus, das was er gelehrt und gepredigt hat, wieder unsere Gesellschaft durchdringen würde. Es ist gut, dass Staat und Kirche in gewisser Weise getrennt sind. Es ist gut, dass geschäftliche Dinge auseinandergehalten werden. Aber das Wort Gottes, das was Jesus gepredigt hat, das Wort von der Ewigkeit, was niemals vergehen wird, das gehört hinein in unsere Zeit. Das gehört hinein in unsere Lebensvollzüge. Das gehört auch hinein in unsere Politik. Jede Obrigkeit ist von Gott angeordnet, erstens, wenn sie ihm dient, zweitens, wenn sie von Liebe, ich möchte sagen, von der Liebe Christi untereinander geprägt ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.